Der kleine Frosch war sehr erstaunt. Das hatte er noch nie erlebt. Auf der einen Seite Sonne, auf der anderen Regen. Alles an einem Himmel und zur gleichen Zeit. Als er sich nochmal umdrehte, blieb ihm sein Froschmaul vor Staunen offen stehen. Vor der dunkelgrauen Regenwand stand ein leuchtend bunter Regenbogen. Der kleine Frosch sah so etwas zum ersten Mal und war ganz verzaubert. Er hatte nur einen Wunsch. Er wollte hoch auf diese Brücke aus Farben und die Erde von da oben sehen. Ob der Bogen wohl sehr weit weg war und ob er, der kleine Frosch, wohl so weit hüpfen könnte? Ach was, ich schaff das, sagte sich der kleine Frosch. Schließlich bin ich der Teichbeste-Moorsee-Hüpfer. In großen Sprüngen machte er sich auf zum Ende des Regenbogens. Da, wo die Wiese aufhört und das Kornfeld beginnt, machte der kleine Frosch eine Pause. Außer Atem blieb er stehen. Er sah zum Himmel. Doch was war das? Der Regenbogen war noch genauso weit weg wie vorher. Es sah aus, als sei der kleine Frosch ihm keinen Meter näher gekommen. Der kleine Frosch setzte sich nachdenklich auf einen Stein am Feldrand. Da raschelte es am Boden. Eine Eidechse sah ihn neugierig an. Was tust du hier? fragte sie freundlich. Hier ist weit und breit kein See. Hast du dich verlaufen? Nein, sagte der kleine Frosch. Ich bin der Teichbeste-Hüpfer. Ich wollte hinauf auf den bunten Bogen. Er zeigte auf den Himmel, an dem bis gerade der Regenbogen geleuchtet hatte. Aber der Himmel war grau und leer. Kein Regenbogen weit und breit. Der kleine Frosch rief aufgeregt. Da war er. Ich hab ihn doch gesehen. Wo ist er hin? Hm, die Eidechse sagte. Regenbogen verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Und bisher konnte noch keiner über einen Regenbogen gehen. Da war der kleine Frosch sehr enttäuscht. Mach dir nichts draus, tröstete ihn die Eidechse. Manche Dinge auf der Welt sind nur zum Anschauen und zum Träumen da. Manche Dinge auf der Welt sind nur zum Anschauen und zum Anschauen.